moin moin liebe leute herzlich willkommen zurück auf meinen kanal zu einem neuen video von mir ich bin's carlos und resident evil 3 nemesis und heute mal wieder neues video zu pokémon masters x beziehungsweise ja heute aber kein gameplay video heute mal vom desktop weil im spiel gibt es diese infos nicht es wurden jetzt nämlich auf den aktuellen offiziellen pokémon masters x account in japanisch wurde jetzt ein update angekündigt bzw neue trainerinnen die wir jetzt demnächst bekommen im pokémon masters x und zwar wurden xenia und altaria angekündigt und altaria wird eine mega entwicklung haben das bedeutet wir bekommen mega altaria es kommt ein neues event wo wir die beiden dann noch glaube ich bekommen und auch scouten können das kommt jetzt in ein paar tagen also hier steht schon es kommt in japan und das am 30 oktober aber bei uns ist es meistens immer ein zwei tage später also der japanische twitter account hat meist immer die infos zuerst und dann kommt der amerikanische account in englisch der hat das immer ein paar tage später auf jeden fall ja bei uns ist es ab sofort immer der refresh weil wir hatten zeitumstellung ist nicht mehr um 8 uhr sondern schon um 7 uhr also bei uns in ein paar tagen ich denke mal bei uns kommen die dann am 31 oder 1 november auf jeden fall und die beiden wurden jetzt angekündigt und ich habe ja gesagt ich informiere euch auch über über updates und infos und aktuelle trainer die kommen und das und wir haben hier schon zwei vorschau's also zwei leaks haben wir einmal die offizielle gefährden attacke von den beiden und zum event wir schauen uns jetzt erst mal die gefährden attacke an von den beiden und in vollbild und ich bin wirklich mal gespannt wie das wohl ist okay machen wir das einfach mal vollbild so wir schauen jetzt schauen uns jetzt mal die gefährden attacke von den beiden an viel spaß ja die videos die starten hier immer automatisch neu aber hey das war die gefährden attacke von den beiden von mega alt harger und senior mega hammer animation finde ich sehr sehr gut gemacht hat mir sehr gefallen das war so drago meteor mäßig hat mich so ein bisschen an die gefährden attacke von von sinia und und raiquaza erinnert die haben ja auch so eine gefährden attacke mit so drago meteors und das war so ähnlich aber das hier sah viel viel besser aus finde ich ist nur meine meinung sah auf jeden fall gut aus ähm ich glaube altaria wird drache sein und flug oder drache wasser eins von beiden auf jeden fall drache ist damit bei so und jetzt äh gucken wir uns mal den die vorschau an zum event was wir hier jetzt haben gucken wir einfach mal rein tun wir natürlich auch auf vollbild gucken wir mal die vorschau an Pikachu! Yes! Okay. Okay. Also. Das war auch schon sehr gut. Also Xenia ist die Nichte von Vasily. Und Xenia war auch schon in Pokémon Masters öfter dabei. Unter anderem im Sommer-Event mit Lyra und Troy. Und ich glaube auch schon früher. Aber jetzt kommt sie offiziell. Das heißt, wir können sie bekommen. Finde ich gut. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr euch auf Xenia und Altaria freut oder nicht. Und vor allen Dingen, es ist eine Mega-Entwicklung dabei. Ihre Statuswerte und die Attacken sind noch nicht verfügbar. Also ist noch keine Info verfügbar. Sobald das aber nachkommt, reiche ich das nach. Ja. Das waren bis jetzt leider alle Infos, die ich habe. Und, äh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe ab und zu mal Frösche im Hals. Es tut mir sehr leid. Entschuldigt, entschuldigt. Aber auf jeden Fall, ja, das war's. Ähm, das war schon das ganze Video. Ähm, wenn euch meine Pokémon Masters Videos gefallen. Und das tun sie ja. Also besser als jedes andere Video. Und das alles. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Für die Unterstützung, für die Klicks, Likes, Feedback für die Abos. Ähm, äh, es tut mir so leid. Wartet mal kurz. Ich muss mal eh mal einen Schluck trinken. Mein Mund ist irgendwie total trocken. So. Äh, ja. Auf jeden Fall, ähm, ich bedanke mich für die Infos, für das alles, für die Klicks, für die Unterstützung. Und, äh, ja, ich, ähm, ich würde mich einfach freuen, wenn ihr mich weiter unterstützen würdet. Das heißt, liked, abonniert mich, unterstützt mich. Und dass ich habe drei Abonnenten dazu bekommen. Ich glaube, auch durch Pokémon Masters X freue ich mich riesig drüber. Ihr seid die Besten. Ähm, ich bedanke mich auch für jeden Klick, für, für Feedback, für Likes, einfach für alles. Und unterstützt mich einfach weiterhin, wenn ihr mehr sehen wollt, von Pokémon Masters X. Schaut aber auch bitte meine anderen Videos und gebt mir da Feedback und so weiter. Vor allem bei Genshin Impact. Da werden diese Woche auch noch wieder zwei Parts kommen. Und, äh, ich werde auch noch mal wieder Videos zum Thema Online-Geld, oh ja, Online-Geldverdienen machen. Ich habe das manchmal mit der Sprache. Und wenn ich eine Frösche im Hals habe, es tut mir so dermaßen leid. Ich entschuldige mich dafür. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen. Auf jeden Fall, ich freue mich auf die beiden. Und vor allem wieder eine neue Mega-Entwicklung. Auf das Event freue ich mich. Dann gibt es wieder Juwelen. Und, äh, ja. Wie gesagt, sobald da Infos sind von den Attacken und das alles und so, reiche ich das nach. Und ich werde auch mal wieder Videos zum Thema Online-Geldverdienen machen und das. Und wie gesagt, bleibt da einfach überall dran. Abonniert mich. Und das alles kostet nichts. Ihr habt dadurch keine Mehrkosten und ist schnell gemacht. Und, ja, ich würde mich einfach freuen. Und, ja, das war das Infovideo über Xenia und Altaria. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch auf die beiden freut oder nicht. oder so. Und, ja. Wie gesagt, unterstützt mich einfach von weiterhin und das. Und, äh, ich würde mal sagen... Das war's, äh, von mir wieder. Komplett und das alles. Ich bedanke mich bei euch. Euer Carlos Resident Evil 3 Nemesis. Unterstützt mich, wie gesagt, weiterhin. Aktiviert die Glocke. Und das soll's auch schon wieder gewesen sein. Wir sehen uns bei Genshin Impact wieder. Und, ja, liked, einfach abonniert. Ich kann's nicht oft genug sagen. Und das unterstützt mich einfach. Ich würd mich da riesig drüber freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Wegen Corona wird ja wieder alles stärker. Bleibt gesund. Und, äh, ja, ich hab einfach da richtig Bock wieder drauf. Auf, auf Genshin Impact auch wieder diese Woche. Da, wie gesagt, ich wiederhole mich irgendwie ständig. Und das, ich werde gerade alle irgendwie abgelenkt durch die Geräusche von draußen. Und das, es nervt ein bisschen. Aber es geht. Ich hoffe, dass es nicht zu hören ist. Aber ich glaube nicht. Aber, wie gesagt, unterstützt mich. Und, äh, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wieder. Schau. Euer Carlos Resident Evil 3 Nemesis.